Die vierte Teilnehmer, liebe Literaturistunde, Freunde. Ich freue mich sehr, Sie heute zu ungewendet Stunde um einem Samstagmorgen zu einer Literaturischen Gesprächsrunde willkommen heißen zu kennen. Das begrüße ich zunächst die bekannte Schriftstellerin Chisako Akatake und danke ihr, dass sie sich die Zeit nimmt, um sie zu spätere Stunden von Japan aus mit ihrem Leserin in Deutschland über den Roman »Jeder geht für sich allein« und auf Japanisch oder oder der Hittorin eben zu unterhalten. Mit Frau Anita Jaffari ist es uns gelungen, einen denkbaren Kundigen und mit diesem Werk voll vertraute Dialogpartnerin zugegeben. Frau Jaffari vermarkt als langjährige Literaturveranstaltlerin und Geschäftsleiterin bei Rittplom in Frankfurt zu treffen, der Perspektive Hinsiegelezer zu vertreten. Und auch die verehrte Teilnehmer, können gerne gerne eigene Gedanken und Fragen in diese Diskussion einbringen. Dank der Mitbildung von Frau Jaffari erhalten ihr die Chance, dieses in mehrfacher Hinsicht vielsektige und Diskussions- und politische Literaturveranstaltungen besser kennen zu lernen. Im japanischen Kulturinstitut konnten wir zu Jahresbeginn die Verfilmung in der Regie von Schuichi Okita zweimal unseren Publikum verführen, was auf eine große Resonanz stieß. Schlusslich möchte ich hier auch der Moderatorin unserer Veranstaltung, Dr. Katja Kassin, danken, die in ihrem Haus, dem Kassverlag, zugleich als Verregling der deutschen Ausgabe hervortragen. Auch unsere Dolmetscherin, Dr. Heike Patschke, die viele von Ihnen sicherlich von unserem früheren Literaturveranstaltungen kennen. Möchte ich herzlich danken, dass sie die gesamte Veranstaltung für uns konsekutiv dolmetscht. Abschließend wünsche ich Ihnen allen einen anregenden Austausch mit der Inspiration, noch weitere Berge unseres Gästes in Japan kennenzulernen. Vielen Dank. Ja, guten Morgen und ein herzliches Willkommen auch von mir an Sie alle. Ich freue mich sehr natürlich über den virtuellen Besuch, sage ich jetzt mal, von Frau Wakatake und Frau Jafari. Herzlich willkommen. Ganz kurz vielleicht einmal zum Ablauf, den Sie alle vielleicht schon auf der Homepage gelesen haben. Ich werde sowohl Frau Wakatake als auch Frau Jafari kurz vorstellen. Ein ganz paar Worte zum Roman sagen für alle, die, die ihn noch nicht gelesen haben sollten. Dann gebe ich ab an Frau Jafari zum Gespräch. Und anschließend wird auch für Sie die Möglichkeit sein, Ihre Fragen einzubringen. Ich würde Sie bitten, es gibt ganz unten auf der Seite, viele von Ihnen werden das wissen, eine Frage- und Antwortfunktion. Sie dürfen schon während der Veranstaltung Ihre Fragen dort reinschreiben. Ich behalte das im Blick und würde dann gegebenenfalls während der Veranstaltung sonst anschließend die Fragen an entweder Frau Wakatake oder Frau Jafari oder an beide weitergeben. Vielleicht erst mal so viel zum Ablauf. Hallo, alles gut. Vielen Dank. Ich möchte einfach kurz vorhin... Verκι es jetzt einfach mal einfach mal auf den Reformen hierher earthen. Also Frau Chisako Wakatake, 1954 in Iwate im Nordosten Japans geboren, besuchte nach dem plötzlichen Tod ihres Mannes, mit dem sie lange in Tokio lebte, acht Jahre lang einen Schreibkurs für kreatives Schreiben, um, wie sie sagt, auf andere Gedanken zu kommen. Daraus ergab sich sozusagen ihr literarisches Debüt oder oder der Histori Igumo oder zu Deutsch, Jeder geht für sich allein, mit dem sie 2017 als älteste Preisträgerin mit dem Bungay-Preis, im Jahr darauf mit dem Akutagawa-Preis und 2022 als erste japanische Schriftstellerin mit dem Deutschen Liberaturpreis ausgezeichnet wurde. Der Roman hat sich in Japan 700.000 Mal verkauft und wurde in zahlreiche Sprachen übersetzt, unter anderem ins Chinesische, ins Russische, Koreanische, Polnische, Italienische und auch Französische. Letztes Jahr, 2023, ebenfalls bei Kawade Shobo Shinsha erschien ihr zweiter Roman, den darf ich einmal kurz hochhalten, mit dem Titel Kakadorodoro-Do, Kakadudududududu oder zu Deutsch Kikeriki. Werner Wirtschaftsteller, Herr Pädestelle, ist für Sie, im Jubiläckor, ist auch für Sie. Der Okay-Pierre-Thai des Tag-Tag-Tag-Tag-Tag-Tag-Tag-Tag-Tag-Tag-Tag-Tag-Tag-Tag-Tag-Tag-Tag-Tag-Tag-Tag-Tag-Tag-Tag-Tag-Tag-Tag-Tag-Tag-Tag. Dibyuu作 Holaora de Hidori Igumu de 2017年に 蔡英年賞で文芸賞 翌年に赤田川賞 2022年に日本人女性として初めてのリバラトゥア賞を受賞なさいました Diese Geschichte ist in Japan mit 70 Millionen Euro, Russisch,韓国, Russisch, Russisch, Deutschland, Italien, Französisch, etc. Diese Geschichte ist in Japan mit 20,000 Millionen Euro, in Japan mit 20,000 Millionen Euro, in Japan mit 20,000 Millionen Euro, in Japan mit 20,000 Millionen Euro. Vielen Dank. Jetzt möchte ich Ihnen auch ganz kurz Ihre Gesprächspartnerin vorstellen. Frau Anita Jafari, 1953 geboren, also vom Alter ganz ähnlich. Ebenfalls, stammt ebenfalls aus der Provinz, ist groß geworden in Tann. Das liegt in der hessischen Rhön, das musste ich nachsehen. Sie studierte Germanistik und Anglistik in Frankfurt, ist gelernte Buchhändlerin und arbeitete viele Jahre als Übersetzerin, Lektorin und Herr Murata hat es eben angesprochen als Literaturvermittlerin. Seit seiner Gründung 1980 engagierte sie sich für den Verein Litprom, der sich für die Literaturen Afrikas, Asiens, Lateinamerikas und der arabischen Welt in Deutschland einsetzt. Von 2009 bis 2020 war sie als Geschäftsleiterin des Vereins tätig und hat den Liberaturpreis mitbegründet. 2021 ist sie mit der vom Verband deutschsprachiger Übersetzerinnen literarischer und wissenschaftlicher Werke vom VDÜ ausgelobten Übersetzerbarke ausgezeichnet worden. Und letztes Jahr im Juni ist ihr das Bundesverdienstkreuz am Bande verliehen. Ja, das ist die Zukunft des Herbstes. Ja, ich bin jetzt mit dem Anniita Jaffari, der Frau, Sie haben die Stadt, als ich in der Region. Das ist die Stadt, als ich als ich als ich als ein Kind ausdeckte, aber im Juni war 1953, also im Jahr. Ich bin schon seitdem der Hessem-Schule, der kleine Community in Tann. In Frankfurt, der Deutsch- und Deutsch-Werbundet hat, und die Schöten- und Sprache-Werbundet hat, und die Erbundet-Werbundet-Werbundet hat, und die Erbundet-Werbundet hat. 2019 80 年の設立以来 ドイツでアフリカ、アジア、ラタンアメリカ、アラーブ世界の文学を進行するリットプラム教会に参加して活躍しています 2009 年から 2020 年まで同 教会の専務理事を務め リバラトラ省を共同創設しました 2021年には文学科学作品を ドイツ語に翻訳する翻訳者の協会 VDUという協会ですが からYubazetsabakeという翻訳写書を 授与されました 2023年6月 日本付き連邦報報道十字書を 受賞なさいました Vielen Dank Und jetzt ganz kurz für alle die, die das Buch Jeder geht für sich allein nicht gelesen haben sollten Mit 24 Jahren zieht es Momoko das ist die Hauptfigur unseres Buches aus der Enge der heimatlichen Provinz im Nordosten Japans in die Metropole Tokio Inmitten der allgemeinen Aufbruchsstimmung die Olympischen Spiele stehen vor der Tür träumt sie von einem selbstbestimmten Leben als moderne Frau frei von den Zwängen der Tradition und geht am Ende doch den Weg der Volksamkeit, der Freundlichkeit, der Harmonie sie heiratet, sie bekommt Kinder sie hat ein schönes Zuhause Jetzt mit 74 ihr Mann ist tot die Kinder sind längst aus dem Haus denkt Momoko nach sie denkt nach über die Träume die sie einst hatte über die Liebe die ihr die Luft zum Atmen nahm über die Einsamkeit über das Altern und den Tod und nach einem ganzen Leben mit der Hochsprache kommt mit Macht wieder was sie als junge Frau in Tokio immer für ein Stigma hielt das ist ihr Dialekt gleichzeitig ihre Heimat Momoko hört Stimmen das ist wichtig zum Verständnis des Romans die ihres Mannes die ihrer Großmutter die ihres Jüngeren selbst sie spricht mit sich sie stellt sich Fragen und beantwortet sie sich mal hochsprachlich mal im Dialekt und aus diesem zweisprachigen hin und her viele Personen die wie Momoko natürlich auch weiß eine sind aus diesen Selbstgesprächen entsteht das berührende und zuweilen urkomische Bild einer Frau die am Ende doch ihre Freiheit findet Ja ima kara その小説 というのは Ola Ola de Hittori Gumu 小説の 簡単な ご紹介を させていただきます その主人公は 桃子さんという 主人公がいますが 24歳の時 ふるさとの東北地方から 大都会 東京に 引き寄せられました オリンピックを前に 楽観的なムードが 漂う中 彼女は伝統の束縛から 解き離れた 現代的な女性としての 自己決定的な人生を 夢見ますが 夫 子供 美しい家庭という 従順さ 親しみやさ 調和の道を 歩むことになります 74歳になった 今 夫は亡くなり 子供たちも 家を出て 久しいですが 桃子さんは いろいろと 考えています かつての夢に 思いを馳せています 息を飲むほどの愛について 考えています 孤独について 老いについて 死について 考えています そして 標準語に 慣れ親しんできた 彼女が 東急の若い女性として 常に お天だと思っていたもの つまり方言 ふるさとが 今は戻ってきます 桃子さんは 夫の声 祖母の声 若い頃の 自分の声を 聞いています いろいろな声を 聞いているということは 非常にこの 小説な 特徴であります そして 彼女は 独り言も います 彼女は 自問自答を 繰り返し 時には 標準語で 時には 方言で 答えたりしています 桃子さんは もちろん 知っているように 多くの登場人物 声の 登場人物が 標準語と 方言で 喋っている 人々は 実際に みんな 一人だけですが でも 彼らとの 会話と 自分の 独り言から 最後には 自由を 生み出す 女性の 感動的で 時に 滑稽な姿が 浮かび上がって くる と思います ご視聴ありがとうございました 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 extrem geehrt dass ich heute das Gespräch mit Ihnen führen darf nochmal wie wir gerade gehört haben wir sind fast ein Jahrgang also wir sind ähnliche zumindest altersbedingt Voraussetzungen für dieses Gespräch und ich möchte gleich mal beginnen mit einer ganz großen Frage denn ich wurde gebeten auch auch auf das Thema einzugehen was japanische kulturinstitut ausgerufen hat für diese Woche nämlich das Thema ist Glück das ist ein riesengroßes Thema und ich wollte Sie fragen Frau Wackertacke was für Sie Glück bedeutet ich weiß dass das eine unmögliche Frage ist aber wir müssen das versuchen für mich heißt es Glück sind auch kleine Momente und das sind Momente wie diese hier wo man einfach so etwas machen darf wie geht es Ihnen damit mit dem Glück Ja まず 最初に 私も 今日 ご招待 いただき ありがとうございました 心から 礼を 申し上げます 若手 様も どうも おはよう ございます こんにちは 本当に ここで また 再会できること 非常に 名誉のように 思われています すでに フランクフォート 市で 一度 お会いしたことが ありまして リブラトア ショーの 受賞式の 時に お目にかかりました けれども 今日は もう一度 お会いできます ことは 本当に 嬉しく 思っています そして さっきも 聞きました けれども ほとんど 同じ 年ですけれども それも 非常に いい この会話の いい条件 前提条件 じゃないかな と思います じゃあ 早速 最初の 質問に 入りますが 日本文化会館 では 今 幸せ 幸せという テーマが テーマになっていますので ですから 最初に そのことも 触れて 幸せについて 聞かせていただきます 幸せというのは 若竹さんにとって 私たちにとって 私にとっては 何でしょうか ドイツでは 何でしょうか 日本では 何でしょうか 私にとっては 今 若竹さんと 今 再会できることは 非常に 幸せなんですけれども それも 非常に 大切な 時です 若竹さんは どう思っていらっしゃいますでしょうか そうですね 幸せ 私はね 自分に対して すごい 子供の頃から ものすごい 好奇心があって それについて 分かるということと 分かったことを 自分の言葉で 書き記したいというのが 案外 私の 一番の 欲望だ って 思って 案外 それ早くに 私 本当 何も分からないことが 分かるということの 喜び それから 分かったことを ノートに書きためて それが どんどん増えていくのが 嬉しかったので 私の 幸せは 家庭の 幸せとか いろんな もちろん そういう 幸せも あるんだけれども 私の 一番の 幸せは 知らないことが 分かった という時の ワクワク感 それから それを 自分の言葉で 表現する っていうのが 本当は私 好きな人なんだな ってのは 私の 感じてるところです 幸せは Glück ist für mich eigentlich seit meiner Kindheit, ich habe immer das Bedürfnis, alles zu verstehen und wenn ich etwas, was ich vorher nicht verstanden habe, dann verstehe, dann durchblutet mich das Glück. Das ist für mich dann immer ein sehr glücklicher Moment und ich bin dann voller Freude, wenn ich etwas, was ich vorher nicht verstanden habe, auf einmal verstehe. Natürlich ist auch das Glück der Familie auch für mich Glück, aber am meisten ist es tatsächlich das, was ich eben gesagt habe, das Verstehen von etwas, was man vorher nicht verstanden hat und ich versuche und ich mache es auch sehr gerne, meinen eigenen Worten das wiederzugeben. Also auch das ist für mich Glück, also das, was ich verstanden habe, dann auch mit eigenen Worten dann ausdrücken zu können. Ja, das hört sich so an, als sei auch das Schreiben Glück, denn das ist ja nichts anderes, wenn Sie mit eigenen Worten wiedergeben, was Sie verstanden haben und ja, wir müssen gleich mal über den Roman sprechen und zwar über diese ganz große Besonderheit des Romans, nämlich die Frage nach dem Dialekt. Das ist ja so ungewöhnlich, auch für uns und ich weiß auch, dass einige deutsche Leserinnen ein bisschen abgeschreckt waren, dadurch, dass gleich auf der ersten Seite irgendwie dieser Dialekt vorkommt und man denkt, um Gottes Willen, jetzt soll ich mich damit auch noch auseinandersetzen. Ganz ehrlich gesagt, ging es mir auch so im ersten Moment und ich war sehr froh, dass ich diese kleine Hürde genommen habe, um dann einen ganz großartigen Roman zu erleben. Ich habe mich gefragt oder frage Sie, hat sich das beim Schreiben so ähnlich eingeschlichen oder eingestellt, wie das im Roman sich darstellt? Da kommen ja plötzlich diese Stimmen aus allen möglichen Ecken zu allen möglichen Themen und immer wieder schiebt sich dieser Dialekt rein, der zwängt sich quasi rein und meine Frage ist jetzt, wie war das beim Schreibenprozess, war das dann auch so oder war das von vornherein so gedacht, dass Sie gerne auch diesen Dialekt reinbringen wollten oder hat sich das genauso reingeschoben, wie das bei den Stimmen im Roman war? Wenn er jetzt ein Thema, also am W Löfsten? und sehr wichtiges Faktor. Das ist eine sehr besondere Sprache. Das ist normal, aber ich glaube, dass es in Deutschland auch ein Sprache ist. Ich habe auch von den Doktor, aber ich habe auch von den Doktor, die erste Zeit, die ich schon einen Schock hatte, aber es ist bereits ein Sprache. Der erste Seite von der Sprache, hat die zu überprüfen. Ich habe mich nicht so, aber etwas überraschend. Aber ich habe das noch nicht überprüft. Ich habe das dann noch von der Sprache. Das ist gut gewesen. Ich habe das dann auch sehr überprüfen. Es war ein sehr guter und sehr überprüfen. Und der Sprache wurde von der Sprache, die Sprache in der Sprache sprechen. Vorhin habe ich und bin in der 9 Jahre, bekannte die Mömo子-Ko-Ko-Ko-Ko-Ko-Ko-Kohen zu blenden. Auf dem Kind der Augen flipen kann man nicht mehr von dem Publiken. Er wurde Renko durchsucht und sie einfach auf dem Bildschirm. Wenn man die Freunde anschaut, denkt man, wie es die Kiano-Ko-Ko-Ko-Ko-Ko-Ko-Ko-Ko-Ko-Ko-Ko-Ko-Ko-Ko-Ko-Ko-Ko-Ko-Ko-Ko-Ko-Ko-Ko-Ko-Ko-Ko-Ko-Ko-Ko-Ko-Ko-Ko-Ko-Ko-Ko-Ko. Soll ich eigentliche, was ich eigentliche, was ich eigentliche, was ich eigentliche? Ich glaube, dass ich das nicht so gut bin, dass ich das nicht so gut bin bin. Das ist das, was ich an das, was ich an das, was ich an das. Ich finde es so eine falsche Geschichte aus. Ich möchte meine Sprache für diese Sprache. Ich möchte mein Sprache für diese Sprache in meinem Sprache. Der Hintergrund dessen, dass ich tatsächlich auch sehr viel im Dialekt geschrieben habe, besteht darin, dass meine inneren Gedanken, also wenn ich denke oder mit mir selber rede, dass das immer im Dialekt geschieht, auf ganz natürliche Weise. Ich spreche eigentlich nur Hochjapanisch mit anderen Menschen, also wenn ich dann in der Öffentlichkeit bin oder mit anderen Personen. Insofern ist der Dialekt für mich ein ganz normales Denken in meinem Inneren. Und ich erzähle nun einmal sehr, sehr gern. Und wenn ich den Roman schreibe, dann ist es für mich, als würde ich dem Leser etwas erzählen. Ich sehe dem Leser die Augen und ich erzähle ihm. Und ich habe dabei das Verständnis, dass der Leser nicht mit den Augen den Roman liest, sondern dass er mit den Ohren den Roman hört. Ich habe so das Gefühl, ich sitze ihm so Auge in Auge gegenüber und unterhalte mich mit ihm. Ich bin sozusagen im Dialog mit dem Leser. Und dafür, ja, das ist mein, wie gesagt, der Dialekt ist meine innere Stimme auch. Und das Erzählen ist für mich auch wichtig. Ich komme mir vor wie so in der alten tradierten Literatur, als die Literatur noch nicht aufgeschrieben wurde, sondern mündlich tradiert wurde. Und ich so dieser Erzähler bin. Ich schreibe es halt nur auf. Das ist ja wunderschön, was Sie da sagen. Eine andere Parallelität zu unserer beiden Biografien. Und Frau Kassing hat es dankenswerterweise so vorgestellt, dass ich auch in der Provinz geboren bin und auch mit dem Dialekt aufgewachsen bin. Allerdings haben meine Eltern zum Beispiel nicht mit uns Dialekt gesprochen, weil sie wollten, dass wir es in der Schule leichter haben. Und ich war extrem stolz darauf, dass ich Hochdeutsch gesprochen habe und habe das sehr gepflegt. Und wenn man mir gesagt hat, du hast aber eine sehr schöne Sprache, dann war ich ganz stolz. Erst später im Leben habe ich gemerkt, dass mir was fehlt. Und das war jetzt auch das weitere Glück, durch die Lektüre dieses Romans wieder mit dem Thema Dialekt konfrontiert zu werden. Und siehe da, das hat auch ganz große Emotionen ausgelöst. Und ich glaube, nicht nur bei mir. Das war noch ein ganz weiterer Aspekt. Also insofern haben Sie was ganz Großartiges geschafft, Frau Wackertacke. Das muss ich jetzt einfach nochmal sagen. Das ist keine Frage, nur eine Bemerkung. Ja, das ist wirklich toll, Frau Wackertacke. Und wenn ich da bin, dann kann ich das selten, weil es sehr ähnlich ist. Und ich bin so gut, dass ich auch immer ein bisschen mitmehr war. Also insofern, wo ich die zwei���ere Wackertacke gemacht habe. Ich bin so gut, dass mein sehr gut ist. Ich bin so gut, aber ich bin so gut und ich habe den Lektorforzum daraufhin erlebt. Aber ich bin so gut, wenn ich primalonerle schöne Wackertacke, ich kann mich besonderen, sondern ich bin so gut. Ich habe den Lektor vorgestellt also, Ich bin auch so schön. Ich bin sehr stolz, das ich mir war. Aber ich habe das Gefühl, dass ich mich nicht so schön war, dass ich nicht so vieles Gefühl habe. Aber ich habe jetzt die Wakatake-San-San-San-San-San-San-San-San-San-San-San-San-San. Ich habe das Gefühl, dass ich das so schönes Wort habe. Ich habe mich wieder wieder daran gefühlt und erinnert mich sehr glücklich. Eine andere Sache ist, was ein der Laudator bei der Verleihung des Liberatorpreises gesagt hat, dieses Buch ist ein kleines Wunder. Das ist nämlich auch ein Wunder, nicht nur wegen dieser besonderen Form, sondern auch wegen der extremen, wie ich finde, Verdichtung und Verknappung. Also wir haben ja gehört, eigentlich wird ein ganzes Leben erzählt und nicht nur das ganze Leben praktisch referiert, sondern mit sehr viel Nachdenken, Reflexion, Überlegungen fast philosophischer Art über das Alter, über Einsamkeit, über Liebe, über Tod. Und das auf knapp 109 Seiten. Da wollte ich Sie fragen, Frau Wakatake, wie haben Sie das geschafft, beziehungsweise wie viel mussten Sie streichen, wie viel haben Sie erst aufgeschrieben und was musste dann alles weg, um so einen verdichteten Roman hinzubekommen? Ja. 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 Ich habe das so viel Gefühl, wie ich mich so gut fühle, wie ich mich so gut fühle, wie ich mich so richtig fühle, aber ich habe auch so vieles Gefühl, dass ich mich so richtig fühle, Ich glaube, dass ich das erste Mal auf der Welt verwendet habe. Ich bin ein Mensch, aber ich habe einen Mensch in einer Zeit, um mich zu erzählen, um mich zu erzählen. Das war ich. Ich habe dann einfach nur einmal in ein paar Stunden leben. Da habe ich es geschrieben. Ich habe es geschrieben, dass ich es nicht mehr so geschrieben habe. Ich habe auch eine Fahrt mit dem Fahren, aber ich habe es geschrieben. Das ist mir dann auch ich, wenn ich es da verstanden habe. So habe ich es geschrieben, dass ich es geschrieben habe. Sollte, sollte, 欲望というか 収蔵というか 収蔵は物語の中では収蔵ですが 夫が亡くなって 私が一人生きる意味は これを分かったことを書き記すことなんだ みたいな 使命感みたいなのがあって 書きました これは本当に どういうのが分かった 私は何かemuれなくて 私は何かの人生きるか 私は、わからないことを書きました 私は、わからないことを書かけている 私は、わからないことを書かけています 私は、なかわらず、私の経験に それを見ています 何と考えている 何です。 私が何かという意味を 買っている 私は、それをお勧めします eigene Leben und die eigenen Erfahrungen und ich denke, der Roman ist vielleicht auch irgendwie so ein Kondensat von dem Ganzen, weil vielleicht musste ich auch älter als 60 Jahre werden, um diesen Roman zu schreiben, damit das Ganze dann auch in dieser Reife nachgedacht ist und ich denke, als ich jung war, hätte ich diesen Roman ja niemals schreiben können und letztendlich war das viele Nachdenken auch eine, ja schon eine Vorbereitung für diesen Roman und ich wollte unbedingt schon immer also Romane schreiben, also dieser Wunsch war in mir drin auch und ich wollte auch über das Alter und den Tod schreiben, aber dafür habe ich eben sehr, sehr viel Zeit gebraucht, um darüber nachzudenken und so konnte ich das dann mit über 60 dann endlich machen und ich hatte ja, als mein Mann dann verstorben ist, dann auch viel Zeit, ich war allein und ich konnte mich voll dem Schreiben widmen und ich habe immer gedacht, aber jetzt muss ich es schreiben, jetzt darf ich nicht sterben, jetzt muss ich das unbedingt schreiben und ich fahre auch Auto, er hat mir gedacht, ich darf jetzt keinen Autounfall machen, ich muss dieses Buch schreiben und also der Wunsch war sehr, sehr stark in mir und ja, als mein Mann dann verstorben ist, jetzt hatte ich ja dann wirklich auch die Zeit und ja, vielleicht war es so eine Art Schicksal für mich auch, dieses Buch oder eine Mission für mich, dieses Buch zu schreiben. Davon bin ich überzeugt und das vermittelt sich natürlich auch und ich glaube, das ist die Wahrhaftigkeit, die da drin steckt, die uns erreicht oder was Sie vorhin gesagt haben, Frau Wackertacke, dass Sie, so als würden Sie erzählen, also da ist nichts Verstelltes, da ist nichts Kopflastiges im Sinne von, ja, überkandidelt oder so, sondern das ist einfach aus ihr heraus, das vermittelt sich sofort. Trotzdem hat sie meine Frage nicht beantwortet, wie sie diese Verdichtung hinbekommen hat, denn ich nehme mal an, dass viele, und wir lesen ja alle viel und die uns zuhören auch, das, was der Rezensent als Wunder bezeichnet hat, dazu gehört auch diese Kunst der Verknappung, weil das ist eine große Kunst, so viel zu sagen mit so wenig Worten und das möchte ich doch noch gerne von ihr wissen, wie sie das hinbekommen hat. Vielen Dank. 500ページとかありえますよね でもとても短い小説 非常に密接的なものになったのは どうしてでしょうか 若竹さんはやっぱり 削除を行ったのでしょうか そうですね そうですね 時間はたっぷりありましたので 何回も何回も自分で読んでみて 特に一章なんかは 本当に何回も書き直しはしました でもなんか私はこう なんていうか楽天的な人間なので なんか そして その悲しみっていうのにも対しても ある程度その書いてる時は 時間が経ってたので なんかこう なんかこう ちょっと笑える 自分自身を笑えるっていうか だから あのこう なんていうんだ 私に 書いてる私が ちょっと ちょっと吹き出したりしながら 書くゆとりもありました それでなんかこう 自分の人生悲しいだけじゃない っていう感じで 悲壮感だけでも書かなかったような 気がしてるんです だから だから 100何ページって言いましたけど 私は そう 必要十分だったのかな あんまり長かったら かえってボロが出たかもしれません 十分に 私の 書きたいこと 言いたいことを 書き尽くしてるかな って 思います うまい答えじゃないかもしれませんが also ich weiß nicht genau ob ich darauf jetzt die richtige antwort finde ja also ich habe vielleicht ist die die antwort darauf dass ich sehr viel nachgedacht habe bevor ich geschrieben habe eine als eine antwort also dass es schon in meinem kopf immer wieder herum gegangen ist tatsächlich habe ich aber das was ich geschrieben habe natürlich auch immer wieder gelesen und auch korrigiert Ja, und korrigiert habe ich insbesondere auch die Stellen, wo ich das Gefühl hatte, dass es zu traurig wird. Natürlich gibt es traurige Momente im Leben, aber mein Leben war ja nicht nur traurig und ich wollte nicht, dass das zu sehr vorscheint. Und ich habe dann versucht, dann habe ich überlegt und überlegt, wie man das so schreiben könnte, dass es zumindest mich selbst wieder aufbaut und dass ich selbst vielleicht auch drüber schmunzeln kann. Daher rührt wahrscheinlich auch so ein bisschen diese humorvolle Seite. Aber ja, die 109 Seiten, also ich habe, denke ich, was ich sagen wollte, auf diese 109 Seiten geschrieben, dann eben in dieser kompakten Form. Ja, ich weiß nicht, ob die Antwort für Sie jetzt ausreichend ist. Doch, ja, das leuchtet mir sehr ein. Dieser Aspekt, dass vorher ganz viel nachgedacht wurde und natürlich dann bestimmte Sachen gar nicht ausformuliert werden müssen. Das habe ich verstanden und das kann ich absolut nachvollziehen. Das ist sehr schön. Die traurigen Sachen, also die gehören genauso dazu, wie die eben humorvollen und interessanten. Es ist überhaupt nicht ein bisschen Lamento in diesem Rückblick auf das Leben, sondern es ist einfach okay. Das war ein ganz normales Leben mit schönen Seiten, mit Seiten, die ich habe erfahren, dass ich einiges vermisst habe, also die Figur Momoko. Und ich habe an anderer Stelle mal gehört, dass sie gesagt haben, Momoko hat ihnen auch geholfen, auch ein bisschen klarer zu sehen. Also die Figur Momoko, ihre eigene Figur und dass die ihnen vielleicht sogar so etwas wie einen Tritt in den Hintern gegeben hat, also so ein bisschen aufgerüttelt hat. Also mithilfe ihrer Figur haben sie sich selber auch noch ein bisschen besser kennengelernt und entfalten können. Das fand ich auch einen interessanten Aspekt. Sehe ich das richtig? Oder also das mit der Momoko? Ist ja nicht identisch mit der Autorin Momoko. Ja. 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 Ich habe es schon gut verstanden, was ich habe mich nicht überrascht. Ich habe mich überrascht, was ich habe mir jetzt auch überrascht. Es ist alles sehr, was ich in der ganzen Zeit, die ich verraten habe. Und ich habe die Frau von若竹先生 den Lachen geschrieben, ich habe mich überrascht, dass ich mir nicht so viel, Ich habe auch einen kleinen Teil der Menschen, die ich habe. Ich hatte auch einen kleinen Teil der Menschen, aber ich habe den Leidenschaft. Ich habe auch einen kleinen Teil, den ich habe. Ich habe mich jetzt auf die Frage, wo ich heute von dir habe, Und so etwas ist, aber Momo-ko hat 若武-san die sich auch der Hände auf dem einen gewissenen zu sagen. Aber das ist wie möglich, dass es so gemacht hat? Momo-ko-san und若武-san sind die gleichen nicht so wie es ist. Du kannst du ja so viel an wissen. N worldsch. Ja, ich hab seit 1962, 1963 vor trailer, das war 2 Jahre lang, Ich habe noch eine Frau, um zu verabschieden, um zu verabschieden. Und sie ist jetzt 70 Jahre alt und ich weiß, dass sie so wie ein Verabschieden ist. Ich glaube, es ist das für mich, das ist das für mich, das ist das für mich. Ich habe mich nur daran, dass ich mich für mich dabei habe, weil ich mich für mich dabei habe, wie ich mich für mich fühle. Ich habe mich für mich verletzten, dass ich mich für mich fühle, dass ich mich für mich fühle, dass es nicht so schwierig ist. Und ich habe auch immer gesagt, dass ich es mir nicht so gut gemacht habe, Und ich habe mich wirklich so gut gemacht. Und ich habe mir gedacht, dass ich mir nicht so gut gemacht habe. Ich habe mich nicht so gut gemacht, weil ich mich nicht so gut gemacht habe. Ich habe mich nicht mehr als ich, wie ich mich nicht mehr so fühle, wie ich mich nicht mehr so fühle, wie ich mich nicht mehr so fühle. Ich habe mich schon vor, aber ich habe mich schon geschrieben. Ja, ja. Tatsächlich, ja. Also vielleicht zunächst, als ich das geschrieben habe, da war ich so 62, 63 Jahre alt. Ich habe etwa zwei Jahre für den Roman gebraucht. Und damals hatte ich überhaupt nicht das Gefühl, dass ich schon so im Großmutteralter wäre. Also ich habe mich noch recht jung gefühlt damals, habe aber trotzdem auch schon über das Alter geschrieben. Aber jetzt, jetzt wo ich 70 bin, da erfahre ich viele Dinge ganz anders und sehe das Alter auch nochmal ein bisschen anders. Und ich erlebe selbst, ja, also wenn jetzt die Hüfte oder der Rücken weh tut, dann kann man nicht sagen, ach ja, das macht nichts und am nächsten Tag ist es wieder gut. Nee, irgendwie setze ich das dann fest und es ist am nächsten Tag immer noch da und irgendwie mache ich jetzt die Erfahrung, dass es doch nicht so einfach ist mit dem einfach wegblasen oder einfach drüberstehen. Und machen wir dann schon meine Sorgen und meine Gedanken und habe meine Ängste, was das Alter angeht. Aber da haben sie ganz recht, da macht mir eben die Momoko dann irgendwie auch wieder Mut. Mein Lehrer am kreativen Schreibkurs hat gesagt, man sollte ab und zu mal seine Protagonisten besuchen. Und das mache ich auch. Und dann gehe ich dann eben bei der Momoko zu Besuch und da lerne ich dann, ah ja, das ist wichtig, ich darf es nicht vergessen. Ich muss kämpfen, ich muss weiter aufrecht durchs Leben gehen. Die Schmerzen, die vergehen schon wieder. Und ja, also ich habe tatsächlich zwei Jahre an diesem Buch geschrieben, aber das Buch hilft mir jetzt tatsächlich auch. Und die Momoko vor allen Dingen, die Protagonistin, sie will immer alles im Griff haben. Sie will lebendig sein, ihr Leben leben und selbstbewusst und frei leben. Und jetzt, wenn ich jetzt mein Alter sehe mit 70, wo ich dann ab und zu schon meine Problemchen habe, dann gibt mir tatsächlich, habe ich tatsächlich das Gefühl, als mir jetzt die Momoko noch mal so, wie Sie schon formulierten, so einen Tritt in den Hintern gibt. Und jetzt, ja, das ermutigt mich tatsächlich. Ja, das ist schön. Und das ist ja auch ein Thema, das Älterwerden durchaus, das ist ja ein Thema in diesem Roman. Und das verbindet uns vielleicht hier in Japan und Deutschland, dass wir eine älter werdende Gesellschaft sind. Also, und wir werden alle älter und es ist nicht wie früher, dass man irgendwie das dritte Lebensalter erreicht hat und das war es dann. Sondern wir müssen uns ganz schön damit auseinandersetzen, dass wir vielleicht noch Jahrzehnte vor uns haben, eventuell, die ja auch gestaltet werden wollen. Und dafür gibt es ja bislang auch nicht so eine richtige Blaupause oder Vorbild. Und das hat Frau Wakatake jetzt mit Momoko auch so ein bisschen geschaffen. Und ich vermute mal, dass der Erfolg, der enorme Erfolg mit 700.000 verkauften Exemplaren in Japan, muss ja daher rühren, dass da ein Nerv getroffen wurde. Anders ist das gar nicht vorstellbar. Ich denke, in Japan, das ist vielleicht ein bisschen Unterschied hier zu Deutschland, ist vielleicht das Thema Einsamkeit im Alter noch größer. Aber wir in Deutschland stehen dem so eigentlich nichts groß nach. Das wollte ich jetzt auch einfach nochmal fragen, ob sie das auch so sieht, dass sie wirklich einen Nerv getroffen hat mit diesem Buch. Und damit auch vielen Menschen eine Momoko geschenkt hat, die sie selber sich geschenkt hat erstmal und damit ganz, ganz vielen anderen Menschen auch. Ja, ja schon. Ja, die Jahre die Welt ist sehr viel über die Werte. Das ist das Japan-Darkt, also nicht als Niemals. In der Gesellschaft, um die Jahre auf die Menschen zu betrachten, war es deutlich mehr als die Jahre. Ich glaube, es ist das thời gian, 60歳を超えたからの生涯ですけれども それは昔はそれで人生はほぼ終わっているようなことでしたけれども 今は60歳になったらあとは何十年も生きるわけですよね だからそれはなんとなく Es ist ein bisschen, dass ich meine Sachen in der Welt bin, die ich so etwas schreibe, um nicht mehr so etwas zu machen. Das ist das Grund, dass ich die Gitarren von Mooko-Ko-San habe, es ist ein sehr guter Hitschrift, dass ich die Gitarren von Mooko-Ko-San von Mooko-Ko-San habe. Wenn man so etwas schreibt, Ich glaube, es ist ein sehr guter Ideen. Es gibt viele Hände, viele Hände zu erhalten. Das ist so ein Jahrzehnt, was es gibt. Das ist das Wichtigste. Ich denke, dass wir das Wichtigste haben. Natürlich ist das Wichtigste, aber es ist das Wichtigste. Es ist etwas Hiddoi, aber es ist ein wenig zu fütter. Aber das ist ein Drei-Temmisch. Drei-Temmisch ist, dass es ein Drei-Temmisch ist. Das ist eine Drei-Temmisch. Das ist eine Drei-Temmisch. Das ist ein Drei-Temmisch. Deswegen, in meinem Gedanken, der ich in Fertigke von Moinke ist, die ich in der Jahren, es ist ein Drei-Temmisch. Das ist ein Drei-Temmisch. Das ist ein Drei-Temmisch. Also möchte ich es nicht so gut, weil ich will. Wie auch ich Ihnen das Problem will, ist es über die Frage, was ich wünsche euch das Gefühl? Ich wünsche euch was es und wünsche mir das WOM-PRO-WIM-PRO-ST sino zu bekommen. Also, ich wünsche euch nur eigentlich alles G記得. Und ich wünsche euch das WOM-PRO-WIM-PRO-STN. Ich bin ein Mensch, das ist nicht das, weil ich nicht nur, das ist, dass ich für mich nicht mehr so genau. Ich bin ein Mensch, wie ich es will, dass ich das Leben will, wie ich will, weil ich das Leben, was ich will. Das war das, wie ich es für mich, für mich, als ich für mich geschrieben hatte. Ich habe mich sehr interessiert, dass ich mich sehr interessiert habe. Nein, ich habe die Ereignisse, denn ich bin dort, wie immer, das ist für mich, denn ich habe auch immer, dass ich das Leben, in der Zeit, das ist für mich. Ich bin ja auch ein bisschen wie man, als ich so will, als ich nicht, ist es so. Ich bin ein bisschen ein bisschen, als ich es, wie ich es in einem anderen Menschen, bin ich es so. Ich bin das, als ich es für den Augen, muss ich es so gut sein, wie ich es. Ich bin der Grund, dass ich mich für alle, dass ich mich für alle, dass ich mich für alle, dass ich wirklich sehr viel. Das war ich in der Runde. Ah, 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 ah,ってね それがすごく耳についてね ああ、本当だね おじさん 独り生きるって大変だよね みたいな なんか なんとも身につまされるような そういう あれを聞いたんだけど だんだんだんだん 腹が立ってきて しっかりしろみたいなね なんか それだけじゃないだろうみたいな Ich habe das sehr auf die Hand, die ich mir sehr gut bin. Ich habe die Hand, dass du ein bisschen schweres Leben gemacht hast. Ich habe das Gefühl, dass du einen Mann gegründet war und ich habe das Gefühl, dass ich mich wieder auf jeden Fall hatte, zu schreien, oder? Ich habe das Gefühl, dass du eine Meinung nach in die Hand hast. Und ich bin auch ein Kind, um mich zu denken. Ich hab mich gefragt. Ja, also ich freue mich natürlich, wenn sie mich so loben oder wenn ich gelobt werde für dieses Buch. Aber ich habe es ja nicht dafür geschrieben, dass ich gelobt werde. Das war ja nicht mein Ziel des Schreibens. Und ich habe es eigentlich für mich selbst geschrieben. Und es war mein eigenes Interesse, meine eigenen Gefühle, meine eigene Einsamkeit, die ich damit verarbeitet habe, mit diesem Buch. Und ich wollte mich einfach nicht damit abfinden, auch mit dieser Einsamkeit. Und ich wollte was draus machen. Und außerdem war ich auch, dass viele Nachdenken war auch, der Sinn des Nachdenkens lag auch darin, dass ich nörgierig auch darauf war. Was bin ich eigentlich für ein Mensch? Was für ein Leben habe ich gelebt? Ich habe darüber sehr, sehr intensiv nachgedacht. Und ja, auch wenn Sie sagen, jetzt die Momoko ist ein Vorbild. Aber ich denke, es ist auch wichtig in der jetzigen Gesellschaft, dass die Menschen gemeinsam mit den anderen Menschen leben. Also es geht nicht nur einfach darum, die eigene Einsamkeit zu überwinden oder sich damit abzufinden, sondern dass man eben auch auf die anderen Menschen zugeht. Und ich denke auch, Momoko sollte vielleicht noch viel näher auf die Menschen zugehen, weil das Zusammenleben der Menschen eine sehr, sehr große Rolle spielt. Und ich habe kürzlich eine Reise gemacht in den Norden Japans, nach Aomori und bis nach Kanaki und bin mit dem Bus gefahren. Und mit mir war noch ein alter Mann in dem Bus. Und dieser Mann, der hat unheimlich lange und herzhaft gegähnt, immer wieder gegähnt und so laut. Also ich konnte das also auch immer wieder hören, dass es mich schon fast genervt hat. Und ich wurde langsam wütend über diese Gehinnerei. Und am liebsten hätte ich dem alten Mann gesagt, reiß dich zusammen. Das kann es doch nicht sein, das geht doch nicht. Also auf jeden Fall habe ich an mir so eine kämpferische Seite. So eine Seite, die sich vielleicht auch mal streiten will. Und das ist natürlich auch noch ein Punkt. Ja, aber ich denke tatsächlich, die Menschen können 100 Jahre alt werden heutzutage. Das ist ein langes Leben, wie Sie schon sagten. Man hat eben noch einige Jahre im dritten Teil des Lebens zu leben. Das ist nicht einfach. Und gleichzeitig denke ich aber, das ist auch nicht dann, dass man sich dann zurückzieht. Der Punkt, sondern wichtig ist, dass man auf die anderen Menschen zugeht und einfach aktiv auch lebt. Ja, gleichzeitig gibt es auch eine größere Gelassenheit im Alter. Das strahlen Sie zumindest aus, Frau Wackertacke. Und das kann man sich ja auch vor Augen führen. Und neben all den Zipperlein, die man vielleicht auch zu bewältigen hat, das gibt einem ja auch eine gewisse Freiheit. Weil manche Dinge muss man auch nicht mehr tun, sondern kann zum Beispiel schreiben, wenn man Lust hat und was dann getan wird. Und das glaube ich sofort. Und ich bin ganz überzeugt, ein richtig gutes Buch, ein Kunstwerk kann nicht auf ein Publikum hingeschrieben werden, sondern das ist immer erst mal für sich selbst. Und das gehört eben auch zum Thema Glück vielleicht dazu. Wenn man dann das Glück hat, so viele Menschen damit zu erreichen, dann ist das einfach schön. Aber man kann das niemals beabsichtigen. Da bin ich auch felsenfest überzeugt. Insofern sind wir uns, glaube ich, da einig. Wenn wir noch Zeit haben, dann würde ich gerne noch eine Frage zu der Form des Romans, nämlich diese vielen Stimmen stellen. Also es gibt ja mehrere Erzählstimmen und unter anderem gibt es ja die sogenannten Zotten. Zotten, vielleicht wissen gar nicht alle Menschen, was Zotten eigentlich sind. Zotten, die schieben sich auch immer als Stimmen in den Roman rein, in diese ganze Geschichte. Die sind auch so eine Art Störenfriede. Aber sie haben auch eine andere Funktion, wenn ich das richtig sehe. Also im Dünndarm gibt es Zotten. Das sind ganz, ganz, ganz viele solche Zellen, die dafür sorgen, dass die Nährstoffe im Darm aufgenommen werden. Ich hatte dann auf einmal das Bild, die haben vielleicht dafür gesorgt, diese Zotten mit ihren Stimmen, die so eigenwillig sind, haben die vielleicht dazu beigetragen, dass Momoko genährt wird. Das ist eine Frage. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. . 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 後ろから始めますけれども、最後の質問からいきますが、そしてその質問は、若竹さんの作品の一番大きな目標は何だったのでしょうかという最初の質問ですけれども、それについては、若竹さんからいろいろ今日聞かせていただきましたので、もうそれでいいと思いますけれども、もう一つの質問があって、新しい小説についての質問があって、新しい小説についての質問があって、 新しい小説についての質問です。 どんなメッセージが入っているのでしょうか。 それもジャファリさんからの質問にも関わってくると思いますので、その新しい小説について一言よろしくお願いいたします。 。 そうです。 。 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 Ich bin jetzt im Moment, der ich mir nicht gedacht habe, Soll ich die Gesellschaft'-Kzen-Kzen-Kzen-Kzen-Kzen-Kzen-Kzen-Kzen-Kzen, Ich bin selbst selbst in Wiener Gassen-Kzen-Kzen-Kzen-Kzen-Kzen-Kzen-Kzen-Kzen-Kzen-Kzen-Kzen-Kzen-Kzen-Kzen, ich habe auch einen rollsen, in denen ich mich war, dass ich mich selbst bin, meinst du, was ich mir, Wie lange ich hier leben kann, dass ich mich darum habe. Ich habe mich darauf, dass ich mich auf die Welt umsonster zu leben. Ich habe mich daran, dass ich mich für diese Welt auf die Welt ist. Warum will ich mich nicht so happen? Das ist der Grund, dass ich mich darauf habe, es war eine Art von uns. Das ist eine Art von der Erlebnisse. Ich habe mich auf die Erlebnisse. Ja, wie ich vorhin schon sagte, habe ich mein erstes Buch ja eher aus der Neugierde für mich selbst herausgeschrieben, weil ich mich selbst verstehen wollte und mich auch sehr stark mit meinem Innenleben beschäftigt. Aber ich denke, dass das nicht ausreicht. Ich kann mich nicht immer nur mit meinem eigenen Innenleben beschäftigen, sondern ich muss hinausgehen in die Welt, zu den anderen Menschen. Ich muss kämpfen. Ich habe also das Gefühl, es gibt viel mehr. Ich bin ja nicht allein auf der Welt. Wenn man sich mal die Geschichte Japans anschaut in den 50er Jahren des 19. Jahrhunderts. Japan war vorher 200 Jahre völlig abgeschlossen von der Welt und hat sich dann auf einmal geöffnet, als die schwarzen Schiffe, die amerikanischen Schiffe vor der Küste Japans standen. Und dann gab es die Meiji-Restauration und die Industrialisierung des Japans. Und dann hat Japan Kriege geführt und im Zweiten Weltkrieg auch verloren. Und es ist so viel passiert innerhalb von 100 Jahren. Ja, also die, was kann alles passieren in 100 Jahren? Das ist so, so viel. Und auch jetzt passiert ständig ganz viel in der Welt. Und ich kann nicht immer nur mein eigenes Innenleben beschauen, sondern ich muss auch schauen, was passiert in Japan, was passiert in der Welt und es passiert so viel, was nicht gut ist. Und der Mensch ist letztendlich ein soziales Wesen. Und ja, ich für mich geht es in dem neuen Roman vor allen Dingen auch darum, auch um die anderen Menschen. Wie ist es möglich, dass alle glücklich werden? Oder viel, dass es gibt so viele Menschen und alle sollen ja glücklich werden. Und wie ist das möglich? Wie kann man das schaffen? Und wie können die Menschen besser zusammenleben? Wie können ihre Interessen besser realisiert werden? Und auch die Frage, warum ist es denn überhaupt so geworden, so wie es jetzt ist? Also all diese Fragen treiben mich um in meinem neuen Roman. Vielen Dank. Ich darf dann noch eine zweite Frage stellen. Und zwar, wie, liebe Frau Wakatake, hat sich ihr Leben nach dem Erfolg des Buches Jeder geht für sich allein verändert? Und wie hat ihre Familie reagiert? Ja, ich gehe zu der zweiten Frage. Ich gehe zu der zweiten Frage. Wakatake-san ist, wie ist das Leben in der ersten Schausse, der Seikon-Ato, wie ist das Veränderung? Wie ist das Veränderung? Und wie ist das Veränderung? Wie ist das Veränderung? Wie ist das Soですね, 私の 日常は そんなに 変わってないんです。 ただ そうですね やっぱり こう なんか そうですね Ich glaube, ich glaube, dass ich mich noch nicht so gut war, dass ich mich noch nicht so gut war. Ich bin so ein bisschen wie ein bisschen, wie es nicht so ein bisschen, wie es nicht so ein bisschen wie ein bisschen was. Ich bin so ein bisschen, so ich bin so ein bisschen, dass ich das Gefühl habe, dass ich die Kinder, die ich die erste Frage habe. Ich glaube, dass ich jetzt nachdem, wie ich meine Eltern schreibe, dass ich meine Eltern und ich meine Eltern schreibe, dass ich meine Eltern, dass ich meine Eltern und ich sie auch nicht mehr so habe. Ich habe noch etwas, dass ich meine Eltern nicht mehr zurückgebracht habe. Also mein Alltag hat sich eigentlich nicht so stark verändert, kann man eigentlich nicht sagen, dass sich da viel verändert hat, aber schon wie nur, wie ich vorhin schon gesagt habe, ein bisschen hat sich mein Denken verändert. Ich habe zwar sehr viel über mich selbst nachgedacht, aber irgendwie habe ich gedacht, nee, ich muss auch über die anderen Menschen nachdenken. Also dieser Entwicklungsprozess, der hat sich dann danach doch bei mir vollzogen. Ach ja, zum Alltag vielleicht noch ein Punkt. Früher bin ich einfach so, wie ich frühmorgens aufgestanden bin, einfach so, ohne mir das Gesicht zu waschen, einfach so im Hausanzug in den Supermarkt marschiert. Das mache ich heute nicht mehr. Also heute achte ich schon ein bisschen mehr drauf, wie ich aussehe, wie die anderen Menschen mich sehen. Ja, es ist jetzt nicht so, dass ich jetzt zur Modepuppe geworden bin, aber so ein bisschen schicker mache ich mich schon als früher. Das kann man sagen. Ja, und was die Kinder sagen, also die Kinder haben das Buch gelesen und haben gesagt, oh, das ist ja interessant. Ja, unsere Mutter, die hat ja oft so wie geistesabwesend manchmal so da gesessen und nichts gesagt und hm, ah, das war also in ihrem Kopf. Darüber hat sie also nachgedacht. Das ist sehr interessant. Das war die Reaktion der Kinder. Ja, also haben meine Kinder mich jetzt auch ein bisschen mehr verstanden, was in meinem Kopf so vor sich gegangen ist. Ja, vielen Dank. Ich komme mal zur allerersten Frage. Und zwar geht es hier um den Dialekt. Die Frage an Frau Wakatake, ob sie einen Einfluss in Form von Tipps oder ähnlichem auf die Übersetzung ins Deutsche oder auch auf die Übersetzung in andere Sprachen hatte, da die Übersetzung von Dialekten ja sicherlich schwieriger ist. Ja, jetzt nachdem ich unten nach ein paar Fragen zur Frage, die ich sagen möchte. Ich habe den ersten ersten Frage gestellt. Das ist der Frage zu sprechen. Sie sagen, dass es nicht so ist, aber es ist nicht so, dass es nicht so ist, aber es ist nicht so, dass es nicht so ist. Die anderen外国er sind nicht so, aber es ist nicht so, sondern dass es nicht so ist, aber es ist nicht so, Wakatake-sanの影響があったのでしょうか Hintenとか ご指摘があったのでしょうか その方言の使い方に対して これは Katya-sanの 風に Ja also vielleicht kann ich die Frage tatsächlich beantworten was den Dialekt angeht das stimmt normalerweise in Anführungsstrichen wird Dialekt tatsächlich nicht übersetzt aus verschiedenen Gründen die ich hier jetzt nicht ausführen möchte es ist auf jeden Fall schwierig weil man muss ja auch einen passenden Dialekt finden es war so dass wir das Buch tatsächlich auf Japanisch gelesen haben und wir waren sofort hingerissen absolut hingerissen aber in diesem Fall ist es mit dem Dialekt so dass es nicht einfach nur ein Stilmittel ist sondern der Text steht und fällt mit dem Dialekt tatsächlich also man kann wir haben gedacht wir können ihn nicht einfach ins Deutsche übersetzen dann verliert er einfach er verliert auch Ton ganz zu Anfang des Gesprächs was klang das an Rhythmus Musik das Frau Wakata gesagt es hat auch diesen erzählenden Charakter alles alles dieses und auch der Humor das wird durch diesen Dialekt transportiert kurzum wir haben uns gedacht wenn man dieses Buch übersetzt dann kann es tatsächlich nur mit Dialekt passieren und dann war die Frage was für ein Dialekt könnte das sein oder sollte das sein da haben wir dann überlegt welche Assoziationen im japanischen ist es ja Tohoku-Ben also jeder Japaner der das Buch liest kann das verorten und hat auch eine gewisse Vorstellung wo das ist und das ist auch ein ich sag jetzt mal etwas belächelter Dialekt und da musste dann eben ein Pendant her im Deutschen und so haben wir dann gesucht und haben uns für das erzgebirgisch Vogtländische entschieden was nach unserem Dafürhalten auch gut funktioniert das hat also der Übersetzer Jürgen Stalf hat das Buch sozusagen ins Hochdeutsche übersetzt und die Dialektpassagen hat dann Herr Schneider in Leipzig der ist Dialektsprecher hat die dann in den Dialekt sozusagen transportiert und ich glaube im Endeffekt funktioniert das gut ich glaube der Übersetzer hatte an ein oder zwei Stellen hatte er Rücksprache mit Dialektsprecher nur um sicherzustellen dass das auch tatsächlich richtig verstanden wurde was da im Japanischen steht aber seitens von Frau Wakatake gab es da keine also keine wie soll ich sagen Einschränkungen oder Hinweise oder es muss so und so sein aber mich würde auch interessieren in diesem Zusammenhang ob Frau Wakatake umgekehrt sich einer Übersetzung zugestimmt hätte die nicht mit Dialekt arbeitet wenn ich das vielleicht anschließen darf Ja also wenn ich noch hinzufügen darf Frau Wakatake hatte die Antwort an Frau Kassing dann weitergeleitet Kassing hat Frau Wakatake Frau Wakatake Frau Wakatake ist das Rutsới ist vielleicht es gibt Aber sage Ich habe jetzt hier ein paar Zeit, aber ich werde jetzt hier ein bisschen weiterentwickelt. Aber in diesem Buch ist die Hohen ist ein sehr wichtiges Teil. Hier ist es nur ein sehr wichtiges Teil. Es ist ein wichtiges Teil. Wir haben diese Hohen-Geräusche auch schon gesagt, Ah,素晴らしい,素晴らしい, ぜひぜひこれ翻訳したいとか そういう素晴らしい小説の中の 方言はどうすればいいんでしょうと思って ここでは方言はただ 様式だけではなく 音、リズム、音楽のように 先ほど若竹さんも語っているような雰囲気も その方言によって出来上がるということもありますね あとはユーモアも やっぱり方言がなければ そのユーモアが出ていないところも数多くあると思います ですから方言がなければ この方言,この小説を翻訳できないと 私は思いました 次はどんな方言,ドイツ語の方言がいいかって 考えてみましたけれども 日本では東北弁ですけれども 東北弁は 日本人がそれ読めばすぐ分かりますね じゃあ、あそこの人たちの方言です 笑われるところもありますがあまりね 素晴らしい方言があるという評判ではないんですけれども でもみんなすぐ分かりますね 方言ということは ドイツではどういう方言にすればいいかって考えたら 結局 シーンのシュナイダさんが そういう風に決めていたら 若竹さんはどうおっしゃったのでしょうか そうですね それは寂しい やっぱり私の語りかける言葉は 標準語じゃなくて 生活に染み付いた言葉だから やっぱりその言葉で書いてほしいと思ってます 本当にカティアさんたちが この翻訳してくれたからこそ こうやってドイツの皆さんにも読んでくださって 本当にいい翻訳家さんに巡り合ったことも この小説本当に幸せなことだったと思います 本当に 改めてここで感謝申し上げます 私は schon, ohne den Dialekt wäre das alles ein bisschen einsam, könnte ich sagen. Es würde dem Roman etwas fehlen. Ohne dem Dialekt würde eben so die tatsächliche Tiefe und Lebenswürze fehlen oder dieses Besondere, was diesen Roman vielleicht tatsächlich ausmacht. Und ich danke dann Frau Kassing und ihrem Verlag und ihrem Übersetzer, dass sie das Buch so schön übersetzt haben. Und ich denke, die deutschen Leser können sich glücklich schätzen, dass so eine schöne Übersetzung von meinem Buch erschienen ist. Und dafür möchte ich an dieser Stelle auch Frau Kassing und Herrn Steiff noch einmal ganz herzlich danken. Vielen Dank. Ich habe noch eine Frage für Frau Wakatake. Wakatake-san war kochishin, ja, tatakau, yona kokoromotchi, de oie no kyofu, oie no kyofu o nori kyoera kochishin. Kochishin 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 Ich glaube, es geht um das Verhältnis von Neugierde und Kämpfen. Also Sie haben gesagt, Frau Wakatake, es ist eine Frage an Sie. Ja, zum einen, einerseits war ich neugierig auf mich selbst, auf mein eigenes Leben, aber andererseits ist daraus auch diese kämpferische Einstellung zum Leben erwachsen. Aber was ist denn, wenn jetzt ein Mensch keine Neugierde hat oder wenig Neugierde? Wie wird dann das Leben? Oder wie ist dann das Verhältnis? Wie wirkt sich das dann aus? Ja, dann ist das ich glaube, was ich harbieren. Ja, dann ist das ich glaube, dass ich nicht als ich nämlich das natürlich 何くそこんじくしょう っていう感じで 戦うのが 生きることなんじゃないかな 何に対する戦いなのかは その人それぞれなんだろうけれども やっぱり 昨日と同じ 私じゃいられないみたいな なんか もし もしそういうご質問であったら jaっぱり外に出るべきじゃないですか 外に出て うちの周り一周でも するべきじゃないですか それだけでもなんか気持ちがすごい 変わるような気がします あの うーん なんて言うんだろう 自分を可愛いと思って あげることなんじゃないでしょうか なんかうまく言えないけど うまく繋がらないけれども 自分を大事だと思って 大事だからこそ いっぱいこう だから結局 最終的には 生きるってことは自分を育てながら こう飽きないように 可愛がりながら 可愛がりながら なんかこう 甘い言葉だけじゃなくて 自分を 知ったしながら なんかこう 可愛がったり叱ったりしながら 自分と心と 対話しながら こう 仲良くこう 自分と仲良くしながら こう 置いていけば 退屈しないで 生きていかれるんじゃないかな みたいな まだ分からない 私もまだ70年 これから先の長い人生 80、90 そこまで生きられるかどうかは 分からないけど とにかく 死ぬまでは とにかく なんかこう 自分と あでもない こうでもないしながら こう たまには自分を 可愛がったり 蹴飛ばしたりしながら 生きていけたらいいな って思ってます もってます もってます いや ohne Neugierde geht das überhaupt also ich denke dann kommt nur wie ich vorhin schon sagte ein großes langes Gähnen das Leben wäre wahrscheinlich ziemlich langweilig ohne Neugierde also es ist nicht so das was ich mir ich kann mir das einfach gar nicht so richtig vorstellen ich denke solange wir leben sollten wir auch mit einer kämpferischen Einstellung unser Leben leben also unser Leben aktiv leben und auch kämpfen aber wogegen jeder kämpft das ist glaube ich bei jedem Menschen anders das kann jeder Mensch sich selbst überlegen wogegen oder wofür er kämpft wichtig ist vielleicht tatsächlich wenn man vielleicht wenn man keine Neugierde hat dann könnte man vielleicht einfach mal nach draußen gehen eine Runde drehen und dann kommen einem vielleicht dann doch andere Gedanken und das Gefühl ändert sich und ich denke dann kann man sich selbst auf einmal auch wieder sehen auch wenn man nach draußen geht man nimmt sich selbst dann auch wieder anders wahr und ich denke man sollte sich selbst auch wichtig nehmen also nicht einfach aufgeben sondern sich selbst wichtig nehmen aber auch selbstkritisch dabei sein aber auch nett zu sich sein also im guten Einvernehmen mit sich selbst leben und dann kommt auch keine Langeweile auf und dann ja ich denke dann kommt auch Neugierde im Leben auf und ja ich bin jetzt 70 Jahre und vor mir liegt noch ein langes Leben ich werde vielleicht 80 oder 90 ich weiß es nicht aber ich möchte bis zum Tod gut für mich sorgen mich selbst liebhaben und guten Einvernehmen mit mir leben und ja ich denke das ist ganz wichtig vielen Dank der Blick auf die Uhr zeigt dass wir durchaus noch Zeit für eine Frage hätten also Frau Jafari wenn Sie noch eine hätten oder jemand ganz schnell aus dem Publikum ansonsten beantworte ich jetzt gleich Ihre Frage ich habe mich schon entspannt zurückgelehnt und lasse alles auf mich wirken wir haben viel gehört wir haben viel zum nachdenken bekommen und ich glaube da brauchen wir jetzt nicht mehr hinzuzufügen ja wir wollen ja wissen wie das mit dem neuen Buch dann wird das wollten Sie uns noch verraten Ich bin schon schon ist es ist aber ich habe viel zu gemacht und ich habe zu haben gemacht . Ich habe nicht aber aber ich habe Frage Ich zögere das Ganze noch ein bisschen, ich baue die Spannung auf. Ich habe nämlich noch eine Frage aus dem Publikum, eine sehr interessante. Ich hoffe, dass Frau Wakatake dazu auch was sagen kann, nämlich ob das Buch in den Ländern der Übersetzung, also Russland zum Beispiel, China, Korea, dort, wo es schon erschienen ist in Übersetzung, ob das da unterschiedlich wahrgenommen wurde. Also ich weiß nicht, ob es da eine Rückmeldung gab an den Verlag, beziehungsweise an Frau Wakatake, aber das wäre tatsächlich interessant zu hören, wie das Buch dort aufgenommen wurde. Ja, ich glaube, ich habe noch ein bisschen zu verbessern, aber ich habe noch ein paar Fragen zu haben. Ich habe jetzt noch ein paar Fragen, das ich sage, dass Frau Wakatake ist. Wakatake ist nur in Deutschland, sondern auch in Russland,中国,韓国, Ich weiß nicht, dass es nicht so gut ist, aber es gibt auch andere Sprache, die man in den anderen Worten hat, was die Antworten war, wie war das Wacatakusa? Wie war das Wacatakusa? Wie war das Wacatakusa? Ja, ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht, wie es übersetzt worden ist. Aber ich weiß, dass ins Koreanische ein sehr guter Übersetzer oder Übersetzerin dieses Buch übersetzt hat und tatsächlich auch ein Dialekt verwendet hat für die Dialektstellen. Und dass die Übersetzung in Korea auch sehr gut angekommen ist. Das weiß ich. Aber bei den anderen Ländern kann ich das leider nicht sagen. Ich weiß auch nicht, wie es übersetzt ist. Dazu habe ich leider keine Informationen. Aber ich bin sehr glücklich, dass mein Buch in so vielen Ländern in den Buchläden ausliegt und verkauft wird. Das erfüllt mich mit großem Glück. Ja, vielen Dank. Vielen Dank. Also ich glaube, dass es eigentlich nur ein Erfolg sein kann. Selbst wenn man in anderen Ländern vielleicht auch eine andere Lösung für den Dialekt gefunden haben sollte, was ich auch nicht weiß. Ich weiß nur, dass tatsächlich der Dialekt bei der Übersetzung ins Englische beispielsweise. Es gibt nämlich noch keine Übersetzung ins Englische. Und ich weiß auch nicht. Also es würde mich freuen, wenn es eine gäbe irgendwann in Zukunft. Aber es gibt noch keine. Weil da spielt tatsächlich diese Frage, wie überträgt man den Dialekt überhaupt? Dann hat man ja noch amerikanisches Englisch, britisches Englisch. Also das ist sehr problematisch. Ich glaube, selbst ohne Dialekt. Ich verstehe Frau Wakatakes Gefühl, dass sie sagt, oh, das ist Sabishi. Also da fehlt irgendwie was. Den Eindruck hatten wir ja auch. Das kann ich gut verstehen, dass es ihr lieber wäre. Natürlich, weil es eben wie eine Hauptfigur ist, der Dialekt. Also das ist eine Hauptfigur dieses Buches. Es wäre wünschenswert, dass der mit übertragen würde. Aber selbst, das ist eigentlich das, was ich sagen wollte, selbst, wenn der Dialekt nicht übertragen würde, sondern ganz normal in der jeweiligen Hochsprache, dann funktioniert dieses Buch auch. Dieses Buch ist wirklich ein absolutes Kleinod und ganz großartig. Und man kann lachen und weinen. Und mit Dialekt kann man einfach noch mehr lachen und weinen. Aber selbst ohne Dialekt funktioniert das sehr gut. Und jetzt komme ich mal gleich zu Ihrer Frage, Frau Jafari und zu diesem zweiten Buch, was, das nehme ich gleich vorweg, nicht im Kass Verlag erscheinen wird, aber nicht, weil wir es nicht gut finden oder es uns nicht gefallen würden. Also wir sind große, 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 große Fans von Frau Wakatake. Und ich hoffe sehr, wir machen auf jeden Fall sehr viel Werbung dafür, also sowohl für Frau Wakatake als auch ihre Literatur. Es wird bei uns nicht erscheinen, weil der Kass Verlag zum Ende des Jahres seine Pforten schließen wird. Das ist der einzige Grund. Ansonsten sehr gerne. Es ist, wie gesagt, also jeder geht für sich allein, ist eine absolute Perle. Alle, die, die es vielleicht noch nicht gelesen haben sollten, bitte tun Sie es. Lassen Sie sich von dem Dialekt nicht abschrecken. Es lohnt sich. Vielen Dank. Das ist ja auch die Sprache, die es sehr schwierig ist. Es gibt auch die Amerikanischen Sprache, die Brüder und die Egalinischen Sprache. Es gibt auch die Sprache, aber ich finde es ist, dass man die Sprache ist. Ich finde es ist ein Sprache, die ich denke, dass es eine Sprache ist. Das ist eine Art von der Sprache, aber es ist eine Art von der Sprache. Ich glaube, dass es nicht so gut, dass ich mich nicht so gut. Ich möchte, dass ich mich nicht so gut überraschend bin. Aber es ist nicht so gut, dass ich mir das Gefühl, dass ich mich nicht so gut überraschend bin. Ich möchte jetzt noch einmal die 2-Wiche-Mitglieder auf einmal auf die Frage stellen. Ich bin mir aber niemals ein Kursch-Berfasn. Aber ich habe es auch nicht in den Kursch-Berfasn. Aber ich bin der Kursch-Berfasn, das ist nicht, sondern ich bin der Kursch-Berfasn. Ich bin der Kursch-Berfasn. Ich bin ich oder nicht, wenn ich den Kursch-Berfasn einebende Ausscheinrichtung habe, Die Schumut ist für den Schubert. Und wie es eine Kassel-Suppanze gibt? Und diese Schubert werden dann können. Das ist so, dass wir jetzt noch ein neues Buch veröffentlicht haben und das ist so, dass wir jetzt noch ein neues Buch veröffentlicht haben. Vielen Dank! Mittlerweile ist es auch fast Viertel nach Elf. Das bedeutet, wir müssen die Veranstaltung auch so langsam schließen. Es gibt noch eine kleine Frage und zwar, was halten Sie davon, das Buch als Hörbuch herauszugeben, weil man dann den Dialekt noch besser genießen kann, in Anführungsstrichen? Ja, das wäre, glaube ich, durchaus eine Überlegung. Ich glaube, ganz kurz noch die Frage an Frau Wakatake, es gibt ein Hörbuch auf Japanisch, aber da bin ich nicht ganz sicher. Ah, Hörbuch, 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 Hörbuch. Oh, Hörbuch. Hörbuch, soろそろ時間になってますが、もう11時15分になってますけれども、 最後の質問があって、和形さんの小説もオーディオブックとして出るのではないでしょうか、 Ich habe eine Frage, dass ich mich über die Frage, dass ich Ihnen einen Kommentar von der Karte habe. Ich kann mich über die Frage, wie es Ihnen ausschließlich. Was ist das? Ich bin in Japan, die ich noch nie habe. Ich bin in Japan, die ich noch nie habe. In Japan gibt es bereits die Hörbücher, sowohl für das erste als auch das zweite Buch. Und die Sprecher dafür sind auch aus der Region, aus der ich komme, sind Freunde von mir, also echte Sprecher, also echte Dialektsprecher, die das also auch von Kindheit an sprechen. Und diese Hörbücher sind sehr, sehr beliebt in Japan. Das kann ich schon sagen. Vielen Dank. Es ist an der Zeit, das Gespräch und die Veranstaltung zu schließen. Vielen, vielen Dank, liebe Frau Wakathake, für das schöne Gespräch. Vielen Dank auch Ihnen, liebe Frau Jafari. Es war wunderbar, fand ich. Und ich bin sicher, alle unsere Zuhörer und Zuschauer fanden das auch. Liebe Frau Wakathake, vielen Dank für das Übersetzen. Und überhaupt großer Dank auch an das Japanische Kulturinstitut Köln für diese Veranstaltung. Ich darf vielleicht ganz kurz noch darauf hinweisen, der Herr Jenig hat es auch schon im Chat an Sie alle geschrieben. Es wäre sehr schön, es gibt einen Fragebogen vom Japanischen Kulturinstitut. Man freut sich dort sehr über ein Feedback, weil das natürlich allen weiteren und künftigen Veranstaltungen hilft. Also bitte, wenn Sie noch einen Moment Zeit haben, dann beantworten Sie doch den Fragebogen. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Ja, ich danke auch von meiner Seite. Sehr herzlichen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.